Moin Moin, liebe Shakes and Pitches Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge mit dem momentan Zwischenstand wie das Ganze jetzt hier aussieht. Momentan gucke ich immer nur, dass ich so viel wie möglich Erfahrungspunkte mitnehme. Das spiegelt sich auch am Level wieder. 34 habe ich. Guckt euch mal einfach meinen Satz an. Wir gehen mal kurz hier. Wir können jetzt nicht in die Arena, weil ich halt noch unterwegs bin. Aber das ist einfach lächerlich. Guckt euch das an. Ich habe auch eigentlich gar nichts reingebuttert, außer ein bisschen Glück. Und das sieht man dann auch anhand der Rede. Hier die Festung klingt durchgehend. Lager voll. Ja, was soll ich machen? Ich gebe mein Geld Gold halt für andere Sachen aus. Ich könnte hier vielleicht Edelstein suchen. Ja, nicht mal dafür habe ich genug Gold. Und ja, schauen wir einmal in die Gilde rein. Hier sind eigentlich alle soweit aktiv. Das freut mich richtig. Die einen mehr, die anderen weniger. Und hier der World Killer ist zum Beispiel noch mal richtig angezogen. Der Lord Tourette war eigentlich immer mit ihm gleich auf und jetzt ist er zurückgeblieben. Da ist sogar der Inu Hanyunu vorbeigezogen jetzt, obwohl er später angefangen hat. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt. Ich gucke mal eben auf Betrag Spenden. 16.000 Gold habe ich knapp hier reingebuttert. Und das ist schon echt eine ganze Menge. Wenn man sich denn halt hier die Stuts anguckt. Gut, ohne irgendwelche anderen Zusatztränke. Oder hier bei ihr. Sie hat auch ein bisschen mehr gelevelt. Hat auch gar kein Reittier. Also sie hat auch mehr gespendet als für sich ausgegeben. Hier sieht man aber auch schon der Inu Hanyu. Der hat hier viel reingebuttert. Hat sogar schon einen Epic. Richtig cool. Sorry. Und ja, nice. Freut mich. Ja genau. Der Ring. Nice Kiste. Freut mich. Also sieht man halt, dass er reingebuttert hat. Oder er hier zum Beispiel auch. Und der Stab sieht da witzig aus. Krass. Schauen wir mal weiter durch. Er hat auch auf jeden Fall in Glück auch hier reingehauen. Ah, der hat sogar einen Epiken Stab. Wir haben mit dem Feuerspiel heute nicht im Classroom sitzen. Zwei Epiks. Was? Drei. Alter, jetzt geht es aber los. Alle Attribute plus 15. Junge, Junge. Das ist ja mal richtig übel, was der Porio hier vorweist. Das ist echt. Das ist nice. Alter, Hauptsache mal. Ach ne, nur Ausdauer um zwei. Okay. Da muss Papa stolz ein bisschen aufrüsten eigentlich. Das ist ja ein bisschen. Bisschen lepsch. Schauen wir mal hier. Okay. Das Schmiedia zum Beispiel hier gar nichts. Das ist krass. Und hier ist auch nicht wirklich viel. Aber nun gut. Das kann ja alles noch werden. Aber ja. Schauen wir mal kurz auf meinen Charakter hin. Ich habe auch ein paar Epiks. Ab hier zum Beispiel. Man sollte immer ein Totschlag-Argument zu achten haben. Und das haben wir ja im letzten Dungeon schon bekommen. Und habe also zwei Epiks jetzt. Und da geht auf jeden Fall noch was. Zum Beispiel hier bei den Zusatzsachen. Die Dungeons hatte ich auch einen neuen frei bekommen. Die Ruinen von Knark. Aber da komme ich überhaupt nicht weiter. Hier bin ich letztens noch ein bisschen durchmarschiert in den entweiten Katakomben. Jetzt wartet das Skelettkrieger. Und hier habe ich halt vom Yeti auch ordentlich auf die Nase bekommen. Wir können mal versuchen, da was zu machen. Aber ich glaube nicht. Weil ja. Ist nicht wirklich mehr dazugekommen jetzt. Och. Weiß. Wie cool ist das denn, liebe Freunde. Ja, weiß ich. In jeder Situation. Den falschen Rat. Rüdiger. Der sprecht mit Zombie-Kopf. Richtig geil. Das ist ja mal. Ja. Da freue ich mich. Junge, ist das geil. Pams. Direkt mal hier ordentlich gepufft. Gepufft war ich den gepufft. Schauen wir mal, ob wir hier jetzt vorbeikommen. 9.000, fast 10.000 Erfahrungen haben wir bekommen. Das ist ja mal eine ordentliche Krawatte. Alter, was ist das denn für eine Ketchup-Tüte? Hauptsache Edelstein einsetzbar. Ganz, ganz wichtig. War das in der letzten Folge schon? Ich weiß das gar nicht mehr. Habe ich mir den Lebensenergie-Trank leisten können? Richtig cool. Ah, bin stolz jetzt. Alle Attribute plus 23. Das ist natürlich richtig nice. Ich würde sagen, wir können hier noch gucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Ratte, die verprügelt mich nach wie vor. Ja, wenn ich auf den Geschickwert gucke, könnte ich anfangen zu heuen. Alter, die hat mich ja richtig nass gemacht. Boah, was? Bei mir hast du mal fast so viel runtergekloppt und jetzt gar nicht, ey. Das ist natürlich eine schwere Kiste. Ne, hier brauchen wir gar nicht gucken. Ah, ich glaube, wir lassen es lieber. Sparen wir die Pilze lieber. Ich weiß nicht, ob es bei Shakes und Fidget die Möglichkeit gibt, sich... Oder ob es hier Pilz-Wochenende gibt. Bei Kicker-Stars gibt es immer Stars-Wochenende. Und das weiß ich eben nicht. Ob man denn einen Bonus kriegt, wenn man sich halt Pilze kaufen will. Als hier die normalen... Also hast man hier 150, sage ich mal, kriegt für 10 Euro. Das weiß ich eben nicht. Das wäre natürlich cool, aber im Forum steht halt auch nichts diesbezüglich. Und mit YouTube oder beziehungsweise mit den Shakes und Fidget-Videos verdiene ich nicht so gut, dass ich mir hier mal irgendwie 3000 Pilze leisten kann, was ich gerne würde. Aber geht halt nicht, ne? Und ja. Also wir sind jetzt gut vorangekommen durch die Dungeons. Richtig nice, aber das war es jetzt auch schon wieder. Wenn du eine Gilde suchst bei Shakes und Fidget auf Welt 37, würden wir uns sehr freuen, wenn du dich uns anschließt. Wir haben jetzt hier noch Platz für insgesamt 13 Mitglieder. Also vier können er noch mitspielen. Würden wir uns sehr freuen, wenn du dich meldest. Oder wenn du ein paar Freunde hast, die gerne Shakes und Fidget mitspielen wollen. Jeder ist willkommen und er sollte nur ein bisschen aktiv sein. Die Sachen sind ja auch fast ausgebaut hier. beziehungsweise wir können es jetzt sogar ausbauen. Nein, da fehlt noch was. Aber da komme ich gleich drauf zu. Und dann kann ich auf jeden Fall endlich meine Stats pushen, Freunde. Ich freue mich schon so, ey. Das klappt da gar nicht. Ja, aber in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Haut rein!